Hermann Ewald Wenck war ein deutscher Schauspieler, Kabarettist und Radiomoderator. Leben ergab sein Theaterdebüt nach privatem Schauspielunterricht 1912 am Stadttheater Bautzen in Shakespeare's Was ihr wollt. Weitere Engagements folgten in Konstanz, Gera und schließlich Berlin. In Berlin agierte Wenck vor allem am Metropoltheater und am Admiralspalast. Ewald Wenck startete seine Laufbahn als Filmschauspieler in der Stummfilmera und debütierte 1919 als Darsteller in Hans Werkmeisters Magos Freyer, gefolgt von weiteren Filmproduktionen. Seinen eigentlichen Durchbruch hatte er allerdings erst mit dem Aufkommen des Tonfilms, als er in den 1930er und 1940er Jahren ein gefragter Darsteller wurde. Häufig wurde er jedoch in kleineren Rollen besetzt, avassierte aber in der Folgezeit zu einem der meistbeschäftigten Nebendarsteller des deutschen Films. Auch während des Zweiten Weltkrieges gelang es ihm, in diversen Unterhaltungsfilmen mitzuwirken, darunter deutsche Filmklassiker wie Helmut Weiß die Feuerzangenbowle aus dem Jahr 1944. Nach Kriegsende wurde Wenck in Deutschland vor allem durch seine Mitwirkung in dem RIAS-Rundfunk-Kabarett Die Insulana sowie in den RIAS-Hörspielserien Pension Spreewitz und als Erzähler in damals war's – Geschichten aus dem alten Berlin populär. In 282 RIAS-Sendungen trat er danach ab dem 27. Januar 1970 als der älteste DJ der Welt in der Welt.